E-Mail Outbound vs. Paid Ads. Was funktioniert besser, was bringt schnellere Ergebnisse und was ist nachhaltiger? Darum geht es heute. Viel Spaß dabei. E-Mail Outbound vs. Paid Ads. Was ist denn jetzt da eigentlich besser? Und zwar muss man das unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Das erste ist, E-Mail Outbound ist eine Vertriebsaktivität. Das ist keine Marketingaktivität. Paid Ads sind eine Marketingaktivität. Und der große Unterschied ist, bei E-Mail Outbound triggert man halt ein Problem, um direkt eine Response zu bekommen. Bei Paid Ads baut man Vertrauen auf durch werthaltige Inhalte. Und dadurch ist es auch oft so, dass wenn man diese zwei Sachen vergleicht, dann scheint E-Mail Outbound am Anfang die bessere Variante zu sein, um schnell an neue Leads zu kommen oder neue Kontakte. Aber es ist nicht wirklich nachhaltig. Und zwar, was ist mit diesen ganzen anderen Kontakten? Und wenn man eine 1% Terminquote hat oder zwei, was ist mit den anderen 98%, die man verbrannt hat? Das muss man immer im Auge behalten. Das ist nicht unbedingt immer das Beste für die Brand. Wohingegen Paid Ads dafür da sind, um aufmerksam darauf zu machen, was für ein Produkt, was für ein Service angeboten wird. Es wird Vertrauen zu der Marke aufgebaut. Es dauert vielleicht einen Ticken länger, ist aber viel, viel nachhaltiger und viel, viel effektiver, wenn man das mal 6, 12, 18 Monate lang macht. Wenn man jetzt sich drei Monate anschaut und sich denkt, okay, was ist jetzt drei Monate, was funktioniert besser? Ja klar, funktioniert dann in der Regel E-Mail Outbound besser, weil man einfach schnell ein Ergebnis hat. Man hat ein paar Kontakte abgegrast und kann vielleicht ein bisschen Pipeline aufbauen. Ist aber eine Vertriebsaktivität. Bei einer Paid Ads Methode, zum Beispiel über LinkedIn hingegen, muss man erstmal die Marke aufbauen. Die Leute müssen einen erstmal immer wieder sehen, damit man dann sagt, okay, hey, das ist interessant, das finde ich gut. Da buche ich mir jetzt ein Gespräch oder da kaufe ich auch. Der große Vorteil ist aber, wenn sich jemand über Paid Ads, zum Beispiel über Videos oder über hilfreichen Content, Hinweise, White Paper, wie auch immer bei dir eintragt, dann ist die Kaufabsicht viel, viel höher. Wenn natürlich vorher diese ganzen Awareness-Themen auch mitgeschreien spielen. Und das hat man halt bei E-Mail Outbound nicht. Bei E-Mail Outbound hat man eher ein schnelles Ergebnis. Das heißt, wenn du jetzt gerade schnell Kontakte brauchst und dir das erstmal egal ist, was mit der Brand passiert, dann E-Mail Outbound, go for it. Das ist effektiv auf jeden Fall. Wenn du aber wirklich eine Marketingaktivität machen willst, die auch nachhaltig und nutzen kannst, die du auch 3, 5, 10 Jahre lang nutzen kannst und zwar effektiv, dann go for paid ads, weil dann kann man wirklich nachhaltig eine Brand aufbauen und darüber kontinuierlich neue Anfragen gewinnen. Ein weiterer Unterschied zwischen E-Mail Outbound und Paid Ads ist, dass man bei Paid Ads zum Beispiel, wenn man die Anzeigen und das Marketing so gestaltet, dass es wirklich auch hilfreich ist und gut gemacht ist, dass es halt nicht spammy rüberkommt. Man fühlt sich nicht so penetriert in der Regel, außer man ist jetzt im Retargeting und haut da immer wieder neue Sachen raus. Bei E-Mail Outbound hingegen, wenn ich jetzt keinen Bedarf habe oder die Message nicht die richtige ist, dann habe ich direkt negativen Gedanken an das Unternehmen, das mir diese kalte Mail zugeschickt hat, weil ich direkt so eine Mail bekomme, die gar nicht passend ist und das ist natürlich dann im ersten Augenblick erstmal schädlich. Wie gesagt, wenn man schnell an Termine rankommen will, dann ist es als Vertriebsaktivität ein gutes Tool, aber nachhaltig unbedingt Paid Ads. Das muss ergänzt werden, weil man sollte sich nicht nur auf eine Säule verlassen, weil die Paid Ads, die übernehmen ja dann auch teilweise diese vertrauensbildende Maßnahme, wofür man in der Regel heutzutage auch sehr gute Vertriebler braucht, die das auch können. Bei Paid Ads kann man halt zum Beispiel einen Vertriebler aufnehmen und der beantwortet die ganzen Fragen, die die Kunden im Kopf haben. Und das ist dann das Marketing und das ist dann, wow, hey, da versteht jemand meine Probleme, da spricht jemand, der die Fragen beantwortet, die ich im Kopf hatte und das baut Vertrauen auf, Rapport. Und das ist so wichtig. Deswegen ist Paid Ads für eine langfristige Wachstumsstrategie essentiell. Und E-Mail-Outbound kann ein Teil davon sein, ist aber immer eine Frage, wie will man sich positionieren. Will man jetzt wirklich tausende Mails pro Monat rausschicken und da auch teilweise verbrannte Erde hinterlassen, dann kann man das machen. Ist wie gesagt eine gute Vertriebsaktivität, die auch effektiv sein kann. Oder will man nachhaltig qualifizierte Anfragen gewinnen, die auch eine hohe Kaufabsicht haben und auch eine positive Wirkung auf das Unternehmen haben. Weil, überleg mal selbst, wenn du eine richtig gute Werbung siehst, die hilfreich ist, ein gutes Video, würdest du eher sowas weiterleiten an Kontakt oder würdest du eine Mail weiterleiten, die du von irgendeiner Automatisierung bekommen hast. Das heißt, diese ganzen Effekte hat man halt bei E-Mail-Outbound nicht. Deswegen, wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, wir machen vielleicht sogar schon E-Mail-Outbound, kriegen da auch ein paar Termine, aber es ist nicht so richtig nachhaltig. Dann, überleg mal, Paid-Ads zu machen. Kannst du dich auch gerne dazu bei uns mal nachfragen, ja, wie würden wir das machen, wie würden wir das aufbauen, über LinkedIn zum Beispiel oder andere Kanäle. Aber es ist wichtig, da zu schauen, was ist gerade in welcher Situation am effektivsten. Es ist nichts falsch oder richtig, es ist nur wichtig zu wissen, wann mache ich was und welche Wirkungen hat es. Ja, welche Wirkungen, Nachwirkungen hat das ganze Thema und was ist nachhaltig und was eben nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, das konnte weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, dein Boris.